um künftig guten Tag wie kann ich helfen So, welche Quests wollen wir jetzt nochmal anfangen? Oder noch mal beenden. Ein Fett benötigte ich. Nehm, Quests. Hulle Wasser und Scheiß. Parfum, das ist groß, wunderbar. Äh, äh. Da hinten. Okay, dann logge ich die mal ein. Ähm. Äh, so. So, drinnen und Küsten. Und, aktiviert. So, drinnen und Küsten. Äh. Gut, äh, ich muss noch da hinten reisen. Okay, muss ich... Ich fette, glaube ich, erst mal das. Ich reite erst mal nach Tamp-Birel. So, erst mal nach da. Dann gehe ich zu, wo ich das fährt. Da, dann rette ich da auch noch mal durch. Dann rede ich auch noch mit der Herren. Und... Da darf ich... Hallo, Herr Stahl. Hallo? Weil wir sich hinlegen. Okay. Da ist die Herren... Geld. Ich habe das Pferd, Herren. Wie wunderbar. Es gab hoffentlich keine Schwierigkeiten. Kaum. Der Hengst ist ein wenig wild, aber letztendlich bin ich mit ihm fertig geworden. Dann ist es ungeeignet. Sophie kann kein ungehorsames Pferd gebrauchen, das die Hochzeit ruiniert. Es gibt einen Trick. Wenn man ihm vorsingt, beruhigt es sich. Singen? Für ein Pferd? Genau. Ich habe für das Pferd gesungen, Herren. Dann musst du mir aber auch etwas vorsingen. Herren, ich weiß nicht, ob... Damit ich weiß, wie man das Pferd beruhigt. Mach schon. Sing. Unter unserem Apfelbaum zwei Röster grasen zuweilen. Das eine Geschenk, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du? Ja, wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Oh, wie wunderbar. Es überrascht mich nicht, dass deine schöne Stimme das Pferd beruhigt hat. Na ja, ich überlege mir, was wir wegen des Pferds unternehmen. Hab Dank, Heinrich. Verzeih, aber könntest du mir noch einmal sagen, was genau ich für dich tun soll? Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau. Erlesenen Wein von einem Händler in Ratai. Und ein Pferd aus den Uschitzer Stellen. Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ich wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. Was doch. So, ähm. Legen wir uns erstmal fett mal hin. Und dann gehen wir noch Rüßes und holen das andere Pferd. Richtig da. Und ja, ich brauche ein bisschen Geld, um mir da ein Pferd zu kaufen. Wer wird da? Ich kann, äh, was? Okay. Das bringt schon viel, aber ich habe... Geräuschen, 88. Okay, dann legen wir uns rein und schlafen. Also mit dem Schwerk komme ich ein bisschen besser klar. Ja. Ja, ich kann... Ja, ich kann... Weitzen, weitzen. Es wird langsam mit dem Gefest, ne? Dann werde ich zu den Sardorch reiten, was essen, na, essen brauche ich auch. Die Zeit so, haube Halskette. Ah, ja. Guck mal, schlafen. Äh, okay, dann aufstehen. Guten Tag. Was wir jetzt machen? Na, gucken wir uns mal, bis 5 Uhr aus. Und dann, gehen wir mal nach. Dann bin ich auch, bin ich nicht genau unterwegs. Ratei-Tonier alles. Achso. Die muss ich dann auch noch mal machen. Aber... Dann möchte ich ja weiter nach da. Ich hoffe, kein Blöder... Bin immer noch nicht so gut, ähm... ... ... ... ... Deswegen habe ich auch gefragt, oder? Heftig, und... Wir haben fast 30 Folgen dann schon, oder über 30. Ähm... ... Wo muss ich denn hin? Okay, warte, 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 warte... Die Quest, ähm... Das ausgebüxte... Fertig... 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 also das hier ausgebücktes Pferd und das da so meinte er das ok mir hatte ich gehorchen ich erinnere mich grad mal ein Koffer die der ähm der mal früh aufgesteckt hat geschifft hat fett bin ich den Fieschen unterwegt ähm jetzt mit dem zu Fuß und dann hab ich mehr Ausdauer und kann noch ein bisschen mehr hinterherlaufen ich bin falsch abgebogen also hier hoch hier hoch und dann da ja ich muss mit meiner Ausdauer oder kann ich nochmal kurz ähm Kodex Wadl Worte Ruttenberg ähm jetzt komm mal kurz runter die auch gemangelt habe ok das meinte später äh ich ja du bekommst 30% länger ohne Essen aus und sind die negativen Auswirkungen sonst ähm gut du gestern muss aussehen äh äh nicht mehr äh nicht mehr äh im Bett bist du besser kannst du durchschlafen und umgekehrt äh wenn du schmutzig bist hast bei bei gespräch mit Frauen 50% nennen ähm ähm nach der entlast nach der entlast st die langsamer aufdrehen das ist doch immer sehr wichtig kann ich noch was machen kann ich noch was machen äh Standgeteilt ok äh hier Agilität äh da brauche ich auch da ist schon auf einen guten Würfel okay warte äh hier dein Angriff brauchen wir ja das bräuchte noch maximale Stufe 3 was hab ich 4 äh maximal Stufe 8 Auffälligkeit ok ok Auffälligkeit ähm und ja so ich hab erst mal die 3D-Quiz die ich jetzt erst mal ähm abarbeiten möchte es fällt es fällt gut es fällt irgendwie sieht jetzt die Grafik bei beiden gleich aus ähm ähm ok muss ich da gerade auslaufen ach man, ich werde jetzt immer nur voller Blut, alter wenn man dauer macht äh Bildstock so wenn niemand mich angreifen könnte ok ich muss mal das verschwärts aber machen und verloren ok ok eh wartefack Hallo? Hallo? Kann man mit dir reden? ed von Sch Voici Sch Sch Wachen Danke für die Ah, gut Waffentäusch Oh Warte, Info weg mal Fischern Kraft Tue ich dann Gewichtpreis Rüstung Kann ich alles verkaufen Nee, da brauche ich gerne Was ist das hier? Körperpanzerung Ah, nein Bürgerliche Schle Bürgerliche Schlappen Okay Äh Bin aber Fieber Zu überladen Äh Irgendwas muss ich fein lassen Oder verkaufen Oder verkaufen Ich will gerne alles verkaufen Oh Ich weiß nicht wie Fischern Warte, wie Fischern Ja Okay, warte, ich, ich reine mal Ähm Äh Ich war ja fast da Äh Äh Ich war ja fast da Da bin ich hier Da will ich nicht plündern? Ja, ich hier. Äh. Leute. Okay. Äh, ich muss... Soll ich immer noch... Nee, ich hab noch, äh, noch da. Oh. Okay. Aber ich hab ganz viel Geld dabei. Ähm. Okay. Ja, die roten sieht aber einfach geil aus. Könnte ich mir dann ein Pferd kaufen? Alter. Okay, wir gehen mal. Ich bin überladen. Irgendwie kenne ich das auch. Äh. What the... What the fuck. Das sieht besser aus. Das sieht gut aus. Kann ich irgendwie... Warte. Äh. Gefährten habe ich mich nicht. Kann ich dann irgendwie, äh... Äh. Äh. ein paar Gäse alles klar danke Jungs du kannst dich spurten wenn du mit allem bist ja die Aufnahmezeichen wird doch schon ein bisschen dauern ich mach grad jetzt 3-book muss doch daran ja noch ändern aber wir haben erstmal wir haben erstmal so verkauft wie hier steht also dann hätte ich dann bekomme ich für den Dolch 15 für den Bogen für den boah fucking Bogen muss ich glaube ich bei einem Waffenruf 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 Das war's für heute.